hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge sapnautica ich freue mich dass ihr wieder dabei seid und ja heute wollen wir aus der hülle raus ich muss mich ein bisschen beeilen ihr seht der sauerstoff riecht runter solange wir keinen strom hier haben komischerweise ist nach dem neustart der lichter aber wir hauen jetzt erstmal energiezellen rein habe ich die überhaupt in der tasche wo habe ich denn die energiezellen es wird übelst knapp es wird damit dann aber wirklich ganz schön knapp ich habe ich da hinten reingepackt muss ich mich beeilen 30 luft noch und 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 voll wir kriegen wieder luft ich habe gerade zweimal versucht aufzunehmen und dann habe ich mich immer verhaspelt und dann wieder von vorne angefangen und dann habe ich jetzt mal gesehen dass wir wegen strommangel hier keinen sauerstoff bekommen so das große problem was wir jetzt nur gerade haben ist den ausgang zu finden mit 200 energie wir haben jetzt natürlich glaube ich nicht die ressourcen da um uns eine neue energiezelle zu kräften haben wir auch garantiert nicht hier wächst aber irgendwas also hier wächst eine menge und wir können hier rein technisch rausschwimmen einfach mal testweise um den weg zu rekonstruieren wo ist denn hier durchgekommen da hinten ist die motto da ist auch das loch daran kann man sich natürlich auch hervorragend orientieren aber ich bin immer so so klug und schwimmen hoch und kommen auf die pilze finden hier oh nein hier ist nix hier ist da unten ist unser zeitklappes uhr boot ach guck mal das sieht doch schon aus wie hier das ist auch ein riesen riesen loch da müssen wir noch rauskommen ne schaffen wir nicht schaffen wir unmöglich einen pilz werden wir hier auch nicht finden wo ist denn für gelandet ja gut die ganzen kommentare letztens der letzten folge die haben natürlich viel verraten jetzt wo wir waren das river biome das ist natürlich noch nicht fertig wie man gesehen hat und hier kommen wir garantiert nicht raus ich werde mich mal versuchen raus zu quetschen wäre natürlich ein traum aber ich bezweifle das sehr dass wir da rauskommen gut vorher habe ich mal ein bisschen kerzenlicht hier an meine festgebnis ist wieder so dunkel das ist eine duftkerze die stinkt wie die hölle und die knallt am anfang mal so ein bisschen mal schauen wir haben wir schon das licht an jede käme so ein bisschen wärmer ist auch gut sieht doch schick aus so ach das ist so eine art einpack hilfe geil die ist neu da ist alles nah ich weiß hin zu osse nah das haben sie gut gemacht es gab da einige pitches gestern gab keine folge nautiker das sagt einfach daran dass ich verschlafen habe ich habe nach der arbeit so was von mega geschlafen ich drücke und quetsche keine chance wir brauchen nur energie ich gebe auf das ist ein bisschen nervig und ich hörte von überlebenden im spiel ich sah einige screenshots auf youtube sagen auf steam von neuen monstern oder besser sagt lebewesen also ich will nicht da lang schwimmen falsch aber ich kann nicht drehen hier ist alles zu eng überall ist rot wo habe ich mich hier rein manövriert müssen wir uns das ansehen ok ja da gab es ein dickes update über 100 mb war es groß er hat natürlich einiges dazu gebracht aber ich bin auf dem grund ne also rückwärts fahren geht gar nicht wie sind wir denn hierher gekommen verflucht noch mal da was soll ich das denn schaffen ich habe mich eingeparkt wie peinlich ich habe mich eingeparkt muss nie wieder raus habe sehr interessante lebewesen gesehen also ich versuche es nicht zu drehen nein ich versuche rückwärts da in diesen tiefsee biome zu kommen oh gott hier hätte ich nicht reinfahren dürfen das ist eine katastrophe das ist gut aus das sieht gut aus ich hoffe wir haben keine fetten wasser einbrüche ok 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 sehr gut sehen wir gleich wieder da ist unser das ist unser zu hause ja wo das ist aber das müssen sie ein bisschen jetzt haben wir überall frei um uns rum das loch aber ich finde es schon ganz cool gemacht auf jeden fall sehr viel neues dazu gekommen ein tag habe ich meine pause gemacht weil ich halb geschlafen habe wir arbeiten das war sehr anstrengend ich bin mir sicher ihr verzeihen mir das und entschuldigung und das kriegen wir natürlich wieder hin wir bauen wieder auf wir sind wieder weiter und entdecken natürlich noch weiter neues wir haben die höhle entdeckt hier das biome war sehr interessant die motto war schon sehr tief das passt gar nicht optisch weil die dafür nur 300 meter tief oder sieht aus ob da oben nach oben gehen würde freiheit sozusagen aber da unten steht die motto wir wollen natürlich unsere motto ab keine frage die wartet sehnsüchtig auf uns haben diese geile hülle durch durchquert also das war sie ist noch nicht fertig keine frage das stimmt doch was nicht wir sind die motto weiter als 300 meter oder was vielleicht 425 weiß es nicht mehr ja ich weiß ich sehe es ja warum war das im wrack da ist die motto dann geht es hier stein bergauf raus den ausgang gefunden freude freude und wir haben immer noch 160 energie sehr gut boah es ruckelt gerade ganz kräftig mädchen das ist nicht böse er schreckt mich doch nicht so blöder fisch wir laden wieder unsere motto auf die vergessen wir dieses mal nicht nein und es tut mir leid also ich habe es ja zwar eine kommentare schon mal geschrieben du guckst das ja mal mit deinem sohnemann und ich habe so viele blöde schimpfwörter benutzt ist dass ich auch ich gebe mühe das nicht zu machen aber ich war so begeistert also gebe ich mir natürlich mühe nicht immer irgendwelche bürden schimpfwörter zu benutzen das ist zwar kein kinderkanal den ich habe und das will aber natürlich freue ich mich dass es mit deinem sohnemann guckst wenn ihnen das gefällt habe ich doppelt freude mit dran so wir sind raus aus dem was das ist auch eigentlich genau das medium wo ich gucken wollte mal kurz also nicht exakt weil krass wir müssen auch unser ei loswerden wir dürfen so schön tief tauchen mit dem ding das tut richtig gut da geht es richtung heme holt nicht dass wir da so schnell rauskommen ich dachte es dauert muss einmal hoch muss ja mal gucken wo ich bin oberfläche ich komme in den kommentaren wurde mir geschrieben 57 meter südlich der absturz stelle soll es ein überlebenden geben ich weiß auch nicht ob da was dran ist aber ich habe er fast den verdacht aber obwohl das wäre eher nördlich wo wir sind von der abschlussstelle nein südlich ist gar nichts also ich werde das heute auf den grund gehen ich glaube wir werden da keinen erfolg haben ich habe auf jeden fall großen patch runtergeladen das spiel hat nicht gesagt das ist nicht aktuell und 750 meter südlich er hat die nachricht über sein seine nachrichtenmoped da bekommen vielleicht kriegen wir die ja auch einfach mal wenn wir uns das aufbauen das dürfen wir selber bauen soviel ich weiß da dann kriegen wir später eine nachricht hier drin das hat sowieso gefehlt das wollte ich sowieso bauen nachricht nein quatsch so auf geht's richtung heimat wir werden das ei los dann haben wir so ein zitteraal so richtig cool haben wir dann bei uns in der basis was ist das da dass die aurora die sieht man auch so schlecht wenn man drauf guckt wir sind noch in der höhe der insel ihr seht da hinten das haben wir in der richtung 100 750 meter südlich ja gut die nachricht werden wir eventuell auch bekommen und vielleicht ist das wirklich nur so der fall dass das dinge oder das überlebende lebewesen was auch immer das sein sollte da ist wenn wir die nachricht auch wirklich bekommen haben da ist ja auch erst in der basis aber ist natürlich noch ein mega kilometer bis wir da sind aber wir haben ja unsere basis dabei wir sind ja wir sind ja unsere basis finde ich ziemlich geil die zeitlobs u-boot als basis zu nutzen die zeitlos bei mir ist es ein weibliches offensie klaus heißt ach ich habe schon wieder vergessen den namen zu benennen verdammt ihr habt so coole vorschläge ich mache mir vor der nächsten folge eine liste wie das klappt also wie der name so lauten sollte und habt noch eine andere idee vielleicht kommt heute also ich bin mir einen tag vorher auf die folge wir haben mich jetzt gerade 21 6 auf dem donnerstag gerade läuft germany's next topmodel da kann ich ganz locker und easy mal das tv programm links liegen lassen und nimmt natürlich lieber auf aber morgen nehme ich vielleicht noch mal morgens auf wie wir vielleicht sporen dass ich ein bisschen mann ich bin es durcheinander ich habe gerade ich habe zu viel geschlafen wollte mich wie wir sachen sporen lassen können wie zum beispiel die neuen monster die gehen in der experimental modus kann man ja wieder schicken und da werde ich nicht speichern oder sowas aber ich werde dann mal diese neuen monster hervorrufen wenn das geht also die leute haben es auf jeden fall hinbekommen oder die gibt es tatsächlich schon dann können wir sie vielleicht auch so finden also ich werde das erst prüfen und dann werden wir das machen da gibt es heute noch ein kleines apnautica extra auf jeden fall das könnte ganz interessant sein was da so in naher zukunft auf und zukommt an lebewesen also bei steam seht das ja eigentlich schon wenn er die community habe ich anguckt direkt drauf zu fahren wir nicht klappen weil wir nicht hin passen oder jetzt mal so geklappt 750 meter südlich wäre das könnte könnte dass die insel sein tatsächlich die nacht bricht herein naja ich liebe die nacht das ist eine schöne strecke wir haben 75 energie also länger suchen hätten dürfen wir nicht so wir müssen einmal außen rum ich weiß aber unser neues komisches einpark hilfe gerät da wird uns schon ein paar tipps geben da war es wieder ruckelt heute aber sehr sehr heftig das ist ein ruckel festival gerade manche mache ich das ruckel aggressiv manchmal ist mir egal also wahrscheinlich eine tagesform die ich habe so wir sind unsere basis wie schön die aussieht unser garten ja 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 das geräusch wird mir nicht viel helfen was was die aggressivität betrifft so aussteigen 63 energie ist noch da müssen uns natürlich das darum kümmern ich nacht mal schnell was hier ist kein neig ich gucke gleich mal im live pot so da ist das ei nicht außer sehen essen so und wir sind absolut maximal gesättigt sehr schön das werden wir jetzt erstmal los das muss ja erstmal schlüpfen das dauert immer seine zeit da fahren wir schon testaquarium mit allen möglichen lebewesen drin hallo und die tun mir gottseidank nix und da liegt es boah ist das groß mal schauen wie lange das dauert bis das schlüpft aber lange dauern hier die eier in der regel eigentlich nicht bis sie schlüpfen und dann haben wir hier so ein zitterall drinnen wie lustig also das kann nur der zitterall sein optisch gesehen ne gut dann wollen wir der sache auf den grund gehen mit den 750 meter der aurora wenn wir südlich gucken von hier aus sehen wir die insel dann könnte es eigentlich von der aurora selber nicht sein aber ich wollte ja mal gucken ob ich eine nachricht bekommen habe aber ja unwahrscheinlich also ich habe noch keine bekommen und es ist ja natürlich sehr schwer 750 meter einzuschätzen in dem spiel ne aber wir können ja rein technisch ich gucke mal wir haben einen kupfer wir brauchen für diesen biegen da können wir uns ja von entfernen dann sehen wir ne wir sehen gar keine meterzahl ne wir sehen nur loch da hinten zum beispiel da können wir uns die arbeit schon mal sparen ja ne meterzahl sehen wir nicht wir fallen einfach südlich gucken den grund uns ab und schauen mal was da so zu finden ist ich denke aber jetzt ganz ehrlich nichts ich glaub einfach nicht dass da was soll in der grund jetzt knallen wir erstmal auf den grund so richtung aurora was sind 750 meter in dem spiel ne wir haben natürlich auch die mögliche 750 ist eigentlich ganz weit weil wir haben ja auch die signale zum beispiel ne die sind ja immer also 1000 200.000 runden weg das lässt sich gerade sehr schwer einschätzen vor allem weil wir auch wieder verschissene nacht haben naja wir ruckeln uns ein zurecht hier fahren mal zur aurora also 57 meter südlich wären nicht wir das wären auf jeden fall nicht wir wir sind nördlich von der aurora wenn man die front nimmt wenn es jetzt rückwärts gucken würde das ist egal ist ja auch ein kompass ne ist ja immer so viel wow gut wir haben noch ah scheiße was haben wir denn da ne ich weiß noch hier ist ein reaper dann sind wir jetzt aktuell südlich der aurora knapp jedenfalls wir sind jetzt ja hinter der aurora woher war ich glaube ich schon ewig nicht mehr oder wir waren noch nie hier eine menge brocken ich schätze so 100 150 meter haben wir zurückgelegt das ist ja so eine schneise die sie hier gezogen hat ja ein überlebender hier ein reaper wird es sein viele teile das ist noch die schneise also ich schätze mal es geht erst ab der schneise los mit 750 meter aber da wird nichts sein ich kann mir das auch nicht vorstellen ok gerade waren wir ja wesentlich tiefer fast 400 vielleicht auch oben den livebot man weiß es nicht wenn er überlebender war dann ist er nicht mehr überlebender hier und wir verlieren unser motto wenn es noch so weiter geht hier kommt ja nicht mal was also ich fahre südlich hier ist auf jeden Fall hier ist auf jeden Fall Leben das ist schon mal interessant und es gibt auch Metallschrott also ist hinter der aurora mittlerweile auch schon Biomenplanung ohne Ende ich fahre einfach mal da haben wir nichts zu verlieren momentan ne das ist die Unendlichkeit oder? so ist besser oder? nein es sind auf jeden Fall mega viele Fischarten hier erstaunlich viele ah ne das ist definitiv das Ende der Map das ist definitiv das Ende der Map und ähm ja ich spiele die aktuellste Version jetzt auch wo ihr seht es kann sein dass um gestern Nacht noch ein Patch auskam ein kleiner ich schwimme einfach mal in Oberfläche vielleicht schwimmt der noch ein Livebot hier rum aber was sollte der mit uns dann auch anstellen ne? der neue Überlebende da kann eigentlich nichts kommen huiiii gleich so mit draußen tanken wir da Sonnenenergie und jetzt dann fühl ich mich da ein bisschen sicher ich fühlte mich so ein bisschen aufgeschmissen da in der Höhle und dachte da komme ich nie wieder raus huiiii sieht nicht aus die 750 Meter ne? gefühlt auf jeden Fall nicht aber sieht extrem geil aus ey was soll das denn? suizidale blöden Kicker da wird das gedrückt halten das war mal im Gegenteil Nord na das kann aber ausüglich von da sein also man weiß es nicht ganz genau der Weeper hat uns auf jeden Fall nicht gewischt aber warum sollten sie denn jetzt einen Charakter hier rein machen? ich verstehe das nicht aber ich habe die Nachricht auch noch nie erhalten das ist es einfach ne? aber einmal gucken gehen war natürlich interessant und warum denn so früh? Kollisionen machen immer meine Höhle kaputt und es ist unter Wasser so dunkel geworden ja ich will hier runter tauchen aber zieht mal nach oben oh na gut vielleicht wäre das ein mega Suchspiel ne? den Typen zu finden oder vielleicht ist es ja auch unsere Frau aber so viel Glück habe ich nicht dass wir das finden ja auch da war auf jeden Fall nichts am rumschwimmen hier ist die Aurora kaputt und das wäre gar nicht so weit weg von der Aurora 57 Meter sehen wir schon an der Tiefe ne? wie viel 57 Meter im Spiel sind wir sind jetzt schon 150 tief aber ich fühle mich jetzt unwohl hier mit dem Reaper im Bereich ah was ist das denn? und wir dampfen 59 HP hier sind wir wieder in der Einflugschneise oder in der Absturzschneise der Aurora hier schwimmt der Reaper rum und ja ich werde mich mal heute Nacht schlau machen wenn ich mir im Bett lege ich mal ein bisschen googeln aber auf jeden Fall wird es einiges Neues geben die Tage denke ich die nächsten Tage, Wochen entscheidende Menge zu passieren bei Subnautica definitiv aber der Reaper hat mich nicht erwischt hier das ist ein cooler Tipp die Möglichkeit kann bestehen dass wir ihn jetzt natürlich nicht gefunden habe weil ich von der falschen Position losgefahren bin aber ist ja auf jeden Fall interessant was die jetzt alles so dabei machen es wird immer mehr Story vor allen Dingen das Rack haben wir schon durchgewühlt wir haben eigentlich schon alles Wichtige in der Tasche und wir haben ein Blitzerei das ist sowieso geil irgendwann müssen wir auch wieder bald eine neue Staffel beginnen nein Quatsch, so schnell nicht wir sind jetzt erstmal gerade halt mal forschen das Spiel ist gerade sozusagen auf dem aktuellsten Stand das klappt auch ganz gut und wenn wir dann mit auf große Erkundungstour wieder gehen wie zum Beispiel nach was Überlebenden wenn ich da nähere Informationen zu bekomme machen wir das mit dem mit Cyclops U-Boot ist einfach angenehmer da brauchen wir uns nicht so viel Sorgen machen da ist unser Blubberfisch der bleibt und bleibt und bleibt und ich vermute mal ach wir dürfen nicht so nah an dem Dings aussteigen hat mir einer in den Kommentaren geschrieben da kann ich nochmal für einen Tipp funktioniert auch das ist eigentlich noch nicht geschlüpft das ne? nein ach das dauert noch ein bisschen das posiert auf jeden Fall schon sehr hat das vorhin auch schon so gemacht und mein kleines Becken zu glatt überbevölkern die können sich gar nicht bewegen die armen Viecher ich glaub das schlüpft ne kann das sein dass das schlüpft sieht aus ob es drücken würde da komm komm mein Kleiner komm elektrisier alle anderen ein bisschen du schwarz was ist denn das überhaupt für ein Fisch die Flosse sieht anders aus was die ich glaub wir brauchen eine Erweiterung nach oben ne kann das sein das ist auch ein bisschen wenig was ist denn das für einer hier ich geh da mal rein jetzt tu mir ja nix hier er Boneshark was ist denn ein Boneshark Santei was war denn ein Boneshark sieht er das ist Bispich schwarz Boneshark Bispich schwarz das war ein Boneshark ich kann mich nicht erinnern ich hab hier alles drin wirklich kennen das Ei sieht aus ob es gleich schlüpft ok jetzt genug Viecher guckt wollen wir mal gucken hab ich denn noch ein bisschen ich hab ja noch ein bisschen Quarz ich hab ein bisschen Titan wir könnten eigentlich noch noch ein Aquarium oben drauf bauen ne wenn wir die Zeit schon finden das ganze würde kosten viermal Glas und ein Titan das ist sehr billig so das ist wahrhaftig nicht allzu teuer aber das ganze Zeug sind wir hier drin so hier müsste nix mehr drin sein oi warum sind die immer leer hab ich die leer geräumt? ne im Leben hab ich die leer geräumt wie steht das immer? wir tun mal im Lok 5 zwei Flaschen Wasser rein ne die eine trinken wir Lok 5 sind zwei Flaschen Wasser merkt euch das für Zukunft ob wir das wieder leer gepackt kriegen aber das ist natürlich doof ne das ist noch nicht so klapp mit dem Speichern den mobilen Geräten die können wir auch nicht bauen dann fehlt mir Quarz gut dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen nächste Folge wollen wir vielleicht ach scheiße da sind die Dinger drauf vielleicht ziehen wir die einfach um die Fische dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dann